Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XII und heute auch wieder mit Ton. Ja, das ist mir sehr früh dann aufgefallen, nämlich erst nachdem ich, als ich beim Schneiden war, dass der Ton auf einmal weg war die letzten 10 Minuten in der letzten Folge. Ich bin ehrlich, ich habe versucht es nachzuvertonen, aber irgendwie habe ich nichts Vernünftiges zustande bekommen, also habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Aber ist ja auch nicht weiter wild, hoffe ich mal. Vielleicht ist es ja auch mal ganz angenehm, wenn ich einfach die Klappe halte. Ähm, was wollte ich denn als nächstes überhaupt machen? Was haben wir denn noch für Mobs offen, nachdem wir ja, ja, den letzten, der versucht wurde, noch nicht mal erreicht haben? Gucken wir mal ein bisschen. Ich habe auch noch irgendwo meine Liste rumfliegen. Ähm, genau, das ist Bloody, den machen wir mal nicht, wo ich meine Liste rumfliegen. Hier habe ich meine Liste von denen, die hier schon angenommen sind. Hier habe ich meine Liste von denen, die wir noch annehmen müssen. Alles gut. So, was haben wir denn hier nämlich noch? Wir hätten noch Blender. Wo haben wir denn Blender? Wer ist denn Blender? Toll, weiß ich gerade gar nicht. Okay, den müssen wir schon annehmen. Den haben wir schon angenommen, die Mosforer-Berge. Müssen wir dafür auch in die Mosforer-Berge? Fon-Küste. Salika-Wald, okay. In den Salika-Wald müssen wir... Ah, das ist Blender. Okay. Dann gehen wir doch in den Wald. Ein kleiner Spaziergang im Wald kann ja auch nicht schaden. Dann muss er direkt hin teleportieren. Das wäre sehr schön. Teleportieren. Ah, sehr schön. Ab in den Wald. Beim nächsten Mopfer sagen. Wobei, den Wald... Den Wald an sich schaffen wir ja wenigstens. Da sind wir ja schon durchgegangen. Jetzt muss ich nochmal natürlich gucken, wo genau der hier sein soll. Oh, natürlich muss ich wieder runter scrollen. So, im Salika-Wald. Blender sollen auch immer im Salika-Wald herumstreifen. Okay, also irgendwo im Wald, ja? Der Wald ist auch gar nicht groß. Ey. Im Nordwesten des Salika-Waldes hat mich ein gefährliches, funken sprühendes Monster verfolgt. Kupo. Auf sowas stehe ich gar nicht, Kupo-Po. Im Südwesten hat er jetzt gesagt, ne? Im Südwesten. Das gibt es doch jetzt nicht. Was macht... Nein, das war falsch. Was macht mein Kabel denn hier? Mein Kabel macht gerade, was es will. Im Südwesten. Also hier? Würde Sinn machen, da lang geht die Vonenküste. Also müssen wir hier lang. Halt. Ne, da lang. Soll ich vorher speichern? Ach, ich brauch vorher nicht speichern. Ich bin ja Pro-Gamer. Die brauchen nicht speichern. So ein richtiger Pro-Gamer spielt das Spiel hier wahrscheinlich in 10 Minuten durch. Okay, die halten ja ein bisschen was aus. Ich sehe schon. Was? Na, das war falsch. Ich glaub's ja wohl. Blind Toxin und Gemach. Aber ich hatte da doch irgendwas, ne? Heilt diverse Veränderungen. Machen wir mal ganz kurz. Das war so klar. Gemach bleibt natürlich. So, helft mir mal, Leute. Ich brauch hier noch ne Weile. So. Und haben wir überhaupt... Ja, doch, das ist okay. Die Teamverteilung ist okay. Hier geht's lang. Gucken wir mal. Ich lass die grünen Viecher, also die, die grünen Balken haben, die uns freundlich gesinnt sind, einfach mal in Ruhe jetzt. Was sehr ungewöhnlich für mich ist. Aber ich suche einen Mob. Da kann man das mal machen. Au. Ach ja, ich hab immer noch gemacht. Mann. Ich. Dreh dich, Sicht. Geht's hier lang hin? Nein. Das mit dem Schwenken für die Sicht hier, ne? Das ist echt blöd. Das Problem ist, ich spiel ja momentan nicht sehr regelmäßig nebenbei die Neuauflage von Final Fantasy XII auf der Playstation. Und da ist das natürlich ganz normal, wenn man schwenken will, die Sicht, wenn du nach rechts willst, drückst du nach rechts, wenn du nach links willst, drückst du nach links. Aber hier ist das irgendwie invertiert und ich weiß nicht warum. Hallo, Häschen. Und dann muss ich mich immer erst mal generell dran gewöhnen, dass ich in die andere Richtung drücken muss. Nicht in die, in die ich gucken will. So ein bisschen Gemüse ist ja ganz gesund. Autsch. So. Hier läuft das Fies. Da waren wir gerade. Wo geht's da lang hin? Dann sind wir aber schon mehr Süden als Südwesten. Aber warte mal, hier kommt ja noch ein Gebiet, bevor es zur frohen Küste geht. Wo muss man da hin? Hier unten lang. Hier unten lang. Vielleicht ist ja da das Vieh, das wir suchen. Würde mich nicht wundern. Hallo, hallo? Da stehen nur die Mokris rum. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal alles. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo ein Vieh kommt. Eher nicht. Eher nicht. Muss ich wieder irgendwas bestimmtes machen und weiß nicht was. Zum Beispiel so stundenlang rumstehen und warten. Ich gehe jetzt nochmal zurück und quatsch den nochmal an. Okay. Dann meine ich. Und natürlich die Frage ist, ob der von dem Mob gesprochen hat. Oder von was anderem. Aber hier in dem Gebiet scheint er ja nicht zu sein. Falls doch, dann schreit bitte ganz laut, wenn ihr ihn seht. Äh, seht. Wenn ihr ihn seht. Gehen wir nochmal zurück zum Kristall. Das hat sich ja jetzt echt gelohnt. Für einen Geld. Ich musste gerade mal die Musik auf meinen Ohren ein bisschen leiser stellen. Da lang. Ah, okay. Nein. Bämms. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal schön. Also, läuft hier denn sonst noch wer rum, außer der eine Mogri? Wo haben wir den Mogri? Aber ich glaube, der spricht nicht von dem Mob, oder? Nordwesten ist Salikawald. Ach, Nordwesten, ja. Natürlich, Nordwesten, da, wo wir auch noch nicht waren. Das macht natürlich Sinn. Hier lang. Das hat einen Grund, dass wir da noch nicht waren, oder? Natürlich hat das einen Grund, dass wir da noch nicht waren. Und jetzt hat's dir so, dass wir da noch nicht waren. Ich mag keine Bomber. Schon gar nicht wiesen. Oh komm! Komm schon! Hallo! Ernsthaft? Ist das dein verdammter Ernst? Ich krieg drei Angriffe und das war's. Scheiß auf die kleinen Bomber, wir machen den großen. Nein! Oh Gott! Nein! 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 Einfach nur nein. was der hat sich geheilt warum hat sich die muster geheilt ich muss erst die kleinen bombe erleben habe ich so das gefühl nennen ja da waren 62 hinüber das ist ja jetzt ich brauche viele angriffe viele angriffe am besten so wieso habe ich immer im stück geschafft 10 zwölf so viel dazu das hat weniger gezogen als vorher das hat weniger gezogen als vorher mal was ich hier noch mal raus ich komme heraus jedes gedacht weil das ein boss kampf ist dass ich da nicht rauskomme ich speichere mal kurz ich mache mal einen neuen slot wieso auch immer ich weiß es nicht ich tue es einfach kann ich nein geh weg ich kann ja noch so noch mal noch so oft drauf man noch so oft darauf trotzdem nichts ich habe ich das noch gar nicht gekauft oder konnte ich das nicht irgendwo sehen inventar vielleicht fertigkeiten kann ich da so hin kann ich ja Ich muss hier eine andere Taktik fahren. Mit dem Müstext, das bringt mir hier, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, mit Wasserattacken komme ich weiter. Man suche den Magieladen. Okay. Okay, okay. Ähm. 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 Ja, 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 ja. Ja. Ich bitte drum. Pronto, bitte. Pronto. Pronto. So, Magie laden. Wo bist du? Rüstungen. Da kommt der Magie laden. Da ist er. Sehr schön. Bitte lass mich jetzt nicht umsonst den Telepostein ausgegeben haben. Ah, hier unten. Magie-Opa. Ich brauche Magie-Opa. Ich kriege hier natürlich keinen Aquarer. Nicht was zum Verkaufen. Mal einmal etwas. Hey, ich habe drei Steinchen. Uh, ich brauche mehr Erz. Ist ja ordentlich was wert. Okay, korrigiere. Ich brauche mehr Bankoknochen. Wie, keine neue Handelsware? Ist ja... Ich könnte mir eine Schriftrolle leisten. Aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Da ich ja vorher nicht sehe, was da drin ist. Und ich brauche... Wasserzauber. Wasserzauber sind das große Ding. Natürlich kriege ich hier keinen. Wo könnte ich denn noch... Erstmal wieder... Wo war jetzt der Taxi-Stand? Ähm... Wo war jetzt... Wo war jetzt... Wo war jetzt der Taxi-Stand? Halt. Hier noch. So, da ist der Taxi-Stand. Ja, ja. Ich möchte wieder zurück, bitte. Bitte Dankeschön. Da ist der Taxi-Stand. So, da ist der Taxi-Stand. Aber wenn ich das nicht mache... Dann, ich bin jetzt der Taxi-Stand. Dann, ich bin jetzt der Taxi-Stand. Hm, muss ich bestimmt wieder zurückführen. Natürlich muss ich zurück dafür, die eigentliche...